Und wenn ich ganz lieb bitte sage... Nö. Du sei doch nicht so ne Geizwurst, du. Ach, nö. Kann wir wenigstens den Gelbstängel haben? Nö. Wie jetzt? Nicht mal so als Leihgabe? Nö. Also wir würden sie erst mal essen. Und dann pellen wir sie wieder zu. Nö. Ach je, jetzt ist sie mir aus der Hand geslippt. Und wenn ich sie wieder aufsinger, ist sie mir. Ich sag denn nö. Soll das heißen, ich gib's auf der Hause? Jetzt reicht's mir aber. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, aber ein bisschen plötzlich. Ist doch ne klare Ansage. Thank you for the Stängel. Man sei Karate! Kakalake! Keule, wir haben das Wort verlust. Na, ist es. Hallo! Es ist da reingeflutscht. Du kannst es ruhig holen. Ich kann bleiben hier in Stellung. Ach nö, nicht. Immer muss ich die stinkigen Sifflöcher austesten. Genau. Immerhin bist du der Matchpeak-Experte. Hallo, meine Schätzchen. Ihr wolltet doch was umsonst haben. Hier habt ihr meine Zucchini. Ich hoffe, sie schmeckt euch. Oh, Slacks. Der Mieflöcher, wirst du dir doch bekannt bekommen. Schnell auf nach meiner Matratze. Auf zum fröhlichen Blasen. Lass mal looken, wo sich das Bord versteckt. Oh, Schätzchen. Du bist ja wirklich ganz was Süßes. Oh, scharfe Mutter. Ich bin ganz verliebt in dich. Hey, was rubbelst du dir da mit unserem Bord? Hä? Das Bord ist uns. Oh nein, das gehört euch nicht. Ich hab's gefunden. Das gehört mir. Gib her das Teil oder ich schieb's dir querwärts am Zäpfchen vorbei. Also gut, na schön. Würdet ihr's mir vielleicht leihen? Ach nö. Dann, ähm, gebt ihr's mir einfach? Nö. Na schön, ganz wie ihr wollt. Dann holt es euch doch. Ha, 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 ha. Ihr Loser. Du willst mit uns spielen? Du kannst nicht schon mal warmlaufen, du spitzeurige Flatteräule. Ruf auf die Lotto und extrem kreiseln. Ha, 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 ha. Gleich rappelt's. Oh, wie die Sonne heizt ganz schön ein. Oh nein, wie das brennt. So besser. Wir nehmen dich nur aus dem Licht, wenn du das Bord loslässt. Nein. Kopenbeck. Es gehört mir. Ich hab es nämlich gefunden. Klar? Schon gecheckt. Wer A sagt, muss auf B fühlen, Graulippe. Ja. Ha, ha, ha. Unten liegen bringt Fits, oder? Richtig cool. Das ist doch besser als die Achterbahn im Vergnügungspark. Du riskierst ja eine ganz schöne Lippets, Zwergpinscher. Dann schmeißen wir meine gepflegte Kohle nach. Let's get ready to Ruppe. Aufseidig. Was ist das? Keule. Hast du Mauljucken, oder wer? Für so harte Bürschchen wie dich haben wir noch einen Affe. Ja, du wärst eingepökelt. Mach dich fit für eine extreme Rundrutsche. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auf. Ah, ha, ha. Vergesst nicht, Kinder. Bananen haben jede Menge Mineralien und haufenweise Vitamine. Ah, ha, ha. Ah, oh, was seh ich denn da? Genau das Richtige. Ein Bananenbaum. Hi-ha! Ah, nicht meine Bananen! Banzai! Finger weg von meiner Banane! Nimm sie doch auf Nase! Ach ja, ist das ein wunderbares Gefühl? In Ordnung, Jungs. Es wird Zeit, dass ihr euch von eurem Skateboard trennt und da ihr euch seht. Der Super-Bananen-Mann ist wieder im Spiel. Macht euch bereit für die fürchterliche Rache von Super-Bananen-Mann! Damit habt ihr nicht gerechnet, oder, ihr Kunden? Ha, 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 ha! Na, wie gefällt euch das, Leute? Oh, weh, ich fühl mich überhaupt nicht gut. Ich brauche sofort eine Banane! Finger weg von uns am Wort! Diese Bananen sind nicht umsonst! Bezahl sie! Ist das klar? Hm, ha, ha, ha! Seit wann haben denn Fledermäuse Geld? Was? Soll das heißen, du hast keine Penunzen in der Tasche? Na schön! Gar kein Problem! Dann wird dir Super-Bananen-Mann die Lektion deines Lebens erteilen und damit sind wir dann quitt! Hilfe! Ich kann gar nichts mehr sehen! Wo ist mein Skate-Kumpel geblieben? Oh, du kleine blinde Susi! Keine Sorge! Wir bringen dich zu deinem Skateboard! Ja, wir schenken es dir und es kommt von Herzen! Da vorne, die Ziellinie ist gleich erkrochen! Oh, danke schön! Ihr zwei seid wirklich echte Kumpel! Wo ist es? Hier drüben? Wärmer, wär heiß! Die Richtung stimmt! Skatey, mein Schätzchen! So, ihr Lieben, endlich ist das böse Spiel zu Ende! Eure als Wirsens kriegen wir jetzt was Gelbes? Ach, nö! Und irgendwie so als Leihgabel? Äh, nö! Dürfen wir nun mal anfingern? Ach, nö! Soll das heißen, das wird ne cruelle Schenkung? Nein! Och, und wenn ich ganz lieb bitte sage?